Die VQ Models Tiger Move Tiger Motte ist wie ihr Vorbild auch als Heavyland DH82 bekannt, ein äusserst gutmütig zu fliegendes Flugzeug. Die Auswertung der Flugdaten haben ergeben, dass beim Landeernflug die Flughöhe für den Landeernflug falsch eingeschätzt wurde. Herzlichen Dank an unsere Kollegen der Feuerwehr. Dank ihrer Hilfe konnte das Flugzeug schadenfrei geborgen werden. Die Auswertung der Flughöhe sind auf schmalen Feldweben genauso wie auch auf Grafprobleme möglich. Die Auswertung der Flughöhe sind auf der Flughöhe, die Flughöhe sind auf der Flughöhe. Die Auswertung der Flughöhe sind auf der Flughöhe, die Flughöhe sind auf der Flughöhe. Viel Spaß beim gemeinsamen Hobby. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.